Wenn Sie Kontakt zur Moderatorin von Radio Fritz aufnehmen wollen, dann müssen Sie nur ein Formular ausfüllen. Eigentlich ganz einfach. Ganz einfach, wenn ihr jemanden gesehen habt und es ergab sich einfach nicht die Situation, weil da die Eltern dabei waren oder ganz viele Freunde und Schüchternheit ist ja auch so ein bisschen ein Problem, dann habt ihr hier die zweite Chance. Ihr könnt über fritz.de einfach ein Formular ausficken, ausfüllen und dann wird mir das irgendwie geschickt oder natürlich einfach auch einen Brief mir schicken. Die Adresse sage ich euch später. Die Adresse sage ich euch später. Die Adresse sage ich euch später. Vielen Dank.